hallo leute heute gibt es mal ein etwas kürzeres video und zwar gibt es nach einer etwas längeren zeit wieder mal ein giveaway auf meinem kanal und ja bevor ich das video regulär starte würde ich erstmal den gewinner vom letzten mal auflösen und das mache ich natürlich alles mit einem programm also nicht dass irgendwas beschummelt wird oder so also dann suchen wir meinen gewinner raus und er ist digmo 123 er hat geschrieben ich würde gerne gewinnen weil mein equipment schon sehr veraltet ist und ich nicht mehr so viel geld ausgeben wollen würde herzlichen glückwunsch an dich melde dich bei mir also schreibt mir deine adresse dann nicht als kommentar auf gar keinen fall als kommentar schreibt mir privat gut jetzt kommen wir aber nun zum neuen giveaway und zwar gibt es diesmal eine maus zu gewinnen leute die name ist t90 von celotes also ist nicht wirklich bekannt aber auch nicht unbekannt also man kann ja ihr macht schon laune und ja die voraussetzungen sind natürlich üblich ihr müsst natürlich zuerst den kanal abonnieren einen kommentar schreiben warum ihr die maus gewinnen wollt und außerdem mein instagram account folgen weil dort erscheinen ab und zu auch mal kleinere gewinnspiele also lohnt sich auf jeden fall auch dort vorbeizuschauen das war es auch schon mit dem video falls euch das gefallen hat lasst natürlich gerne einen daumen nach oben da also bis zum nächsten mal leute ciao